Hallo und herzlich willkommen im Leger Hotel. Ich bin Mario Hötke, Ihr Barchef. Eigentlich wollte ich zu diesem Zeitpunkt einen WM-Cocktail machen, für Deutschland. Aber, um unseren guten Gegner zu ehren, den Drink von Südamerika. Pisco Sour. Etwas Pisco, ein Weinbrand aus Südamerika, 4cl. Zitronensaft, 2cl. Rohrzuckersirup, ebenfalls 2cl. Und ein Eiweiß. Das Ganze kräftig schütteln. Und in ein Glas mit Eiswürfeln abseilen. Dann der Cocktailkirche garnieren und auf den vierten Stern anstoßen. Sehr zum Wohl.